Seid gegrüßt und damit herzlich willkommen zu einem neuen Update in Forza Horizon 4. Die Serie 30 steht bevor und damit nicht nur eine Serie voller neuer Fahrzeuge, sondern auch mit einem neuen Gameplay-Mode. Und der hat es wirklich in sich, vor allem für diejenigen, die sich mal so richtig kreativ ausleben wollen und Herausforderungen, also Challenges in Forza Horizon 4 lieben, die haben jetzt eine Möglichkeit, ab der kommenden Serie 30 mal so richtig zu zeigen, ja, was sie auf dem Creator-Kasten haben sozusagen, denn es gibt eine Art Sandkasten-Modus, bei dem ihr die Möglichkeit habt, eure eigenen Herausforderungen zu erstellen. Wie frei das Ganze möglich ist, was ihr dort alles tun könnt, das zeige ich euch gleich nochmal im Video genau, aber zunächst einmal kommen wir zu den Inhalten und der Übersicht aus dem Serie 30 Update-Stream. Und ihr seht anhand der Agenda, zwei wichtige Punkte stehen dort für uns drauf. Natürlich das Serie 30 Update, das vor allem vier neue Fahrzeuge beinhaltet, die ihr im Lauf der nächsten vier Jahreszeiten freischalten könnt. Abgesehen davon gibt es aber auch noch den zweiten Punkt, der für uns wichtig ist, und das ist das Super 7 Update. Also im Prinzip der neue Spielmodus, der jetzt hinzukommt, und dort werde ich euch ein bisschen detaillierter zeigen, wie das Ganze aufgebaut ist, was ihr dort alles tun könnt, was vielleicht auch die Grenzen sind, dieses neuen Spielmodus, für wen es sich vor allem eignet, und natürlich auch, welche zwei weiteren Fahrzeuge sich dort im Lauf des Missionsfortschritts, wie ich es jetzt mal nennen möchte, noch verstecken. Das Ganze schauen wir uns dann nach den saisonalen Inhalten an, mit denen wir jetzt starten, und ihr seht, ja, gleich in der ersten Jahreszeit gibt es natürlich auch ein neues Fahrzeug für euch freizuschalten. Nicht nur das ist allerdings interessant, sondern vor allem auch, dass ihr wohl das Highlight-Fahrzeug der Serie 30, den Königsegg Jesko, bereits ab Donnerstag fahren könnt, und zwar im Rivalenmodus. Abgesehen jedoch vom Königsegg Jesko gibt es vor allem ein Fahrzeug, das hier zu begutachten ist, und zwar unten in grüner Lackierung gut zu erkennen, der Fiat X1-9. Denn das ist das neu im Sommer ins Spiel kommende Fahrzeug in Forza Horizon 4. Er ist nicht ganz neu im Forza-Franchise, auch den Wagen gab es bereits in Vorgängertiteln schon einmal, daher er ist recycelt, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns erstmal darüber, dass der Wagen ins Spiel kommt. An dieser Stelle hatte ich übrigens im Torben Wednesday vermutet, dass es eventuell der Fiat Coupé aus dem Jahr 2000 sein könnte. Allerdings, obwohl dieser auf der Carleague-Liste steht und der Fiat X1-9 eben dort nicht zu finden ist, ist es eben doch dieses Fahrzeug geworden, was ja grundsätzlich überhaupt nicht schlimm ist. Aber ihr seht, nicht immer liegt man mit dem Torben Wednesday oder der Carleague-Liste richtig. Zumindest in der Serie 30 kommt der Fiat Coupé nicht ins Spiel. Weiter geht es anschließend mit dem Herbst der Serie 30. Hier habt ihr die Möglichkeit, zunächst bei 50% die Drift Corvette freizuschalten und bei 80% den Ken Blockanzug und der passt ganz gut zur Woche. Und zwar gibt es nämlich auch ein neues Hunigen-Fahrzeug freizuschalten. Das hatte tatsächlich so gut wie niemand auf dem Schirm, dass hier nochmal ein Hunigen ins Spiel kommen könnte. Der Hunigen Bronco, also ein modifizierter Ford Bronco, kommt hier ins Spiel. Rechts unten seht ihr ihn bei einer Offline-Meisterschaft, den ihr dann im Herbst freischalten könnt. Im darauffolgenden Winter wird es wohl wieder für viele spannend werden, denn das dürfte wohl die Highlight-Saison werden in der nächsten Serie. Abgesehen vom VW Notchback, dem Toyota GT86, dem Hennessy Velociraptor und dem Porsche 718 Cayman GTS, alles Explosive und bekannte Fahrzeuge aus der Vergangenheit, kommt ein neues ins Spiel. Und das ist für viele wahrscheinlich das Highlight der Serie 30, der Königseck Jesko. Und der ist bei einer Offline-Meisterschaft freizuschalten, also versteckt sich hier nicht hinter irgendeinem Abo für die Konsolenspieler, sondern ist innerhalb von kürzester Zeit in der Wintersaison zu erhalten. Zum Abschluss der Serie 30, also im Frühling, gibt es dann nochmal den Alfa Romeo 155Q4 freizuschalten. Zunächst einmal auch hier noch kurz die Verbindung zum Torben Wednesday aus diesem Monat. Dort gab es den Hinweis auf 290s Alphas. Gemeint war hier lediglich ein 90er Alpha, der ins Spiel kommt. Und das ist er. Das bedeutet, ja, der andere Alpha, den wir hier mit vermutet hatten aus dem Torben Wednesday, kommt ebenfalls in der Serie 30 nicht ins Spiel. Als nächstes kommen wir damit zum zweiten großen Highlight der Serie 30, dem neuen Spielmodus, der sich hier Super 7 nennt. Auch hier verstecken sich im Spielverlauf zwei weitere Exklusivfahrzeuge, zu denen wir dann gleich noch einmal kommen werden. Aber zunächst einmal möchte ich ein paar Grundlagen erklären, zu denen ihr auch die passenden Videos jetzt im Hintergrund aus dem Stream seht. Der Stream ist auch nochmal unten als Quelle verlinkt. Aber nichtsdestotrotz möchte ich erst einmal erklären, wie das Ganze in der Kurzversion funktionieren soll. Ihr könnt anhand von verschiedenen Challenge-Varianten auswählen, was ihr nun erstellen möchtet. Zum Beispiel könnt ihr die Herausforderung springe so weit wie möglich oder erreiche das Ziel in einer bestimmten Zeit oder beispielsweise erreiche eine bestimmte Geschwindigkeit in einer Blitzerzone oder bei einem Blitzer erstellen. Und bei diesem Herausforderungsziel könnt ihr euch eine beliebige, man kann sagen, Strecke zusammenbauen. Das Ganze ähnelt so ein bisschen auch einem Adventure Park, denn ihr habt völlig freie Hand bei der Gestaltung. Und das ist das Besondere bei diesem Modus, denn ihr könnt nun endlich und damit erstmals in Forza Horizon 4 völlig frei in der Welt Rampen bauen, bestimmte Hindernisse einbauen oder auch verschiedene, ja sagen wir mal, Attraktionen einbringen. Ihr seht, dort gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, einen T-Rex irgendwo zu platzieren. Den könnt ihr auch beliebig oft kopieren. Beliebig oft ist vielleicht jetzt zu viel gesagt. Ihr seht, es gibt ein Budget, das ihr rechts oben quasi habt. Und das ist quasi die maximale Gestaltungsfreiheit, denn irgendwann, wenn dieses Speicherbudget für eure Strecke aufgebraucht ist, dann könnt ihr keine weiteren individuellen Inhalte mehr hinzufügen. Aber bis dahin habt ihr scheinbar ein bisschen Spielraum und könnt euch hier verschiedenste Inhalte, die ihr aus diesen verschiedenen Menüs nehmen könnt, zusammenbauen und letztlich auf der Strecke völlig frei platzieren. Das Ganze lässt sich auch auf verschiedenen Ebenen praktisch nach oben bauen. Also ihr könnt auch völlig frei in der Luft irgendwelche Rampen platzieren. Das Ganze muss nicht logisch sein. Es geht hier wirklich einfach mal rein um den Spaß und das ist auch wirklich das coole Feature daran, denn ihr seid nicht an bestimmte Vorgaben gebunden. Ihr könnt euch quasi wie im Sandkasten-Modus vorstellen. Alles, was euch beliebt, könnt ihr in dieser Welt zusammenbauen. Sei es nun Rampen, Tunnel oder was auch immer ihr euch gerade vorstellt. Loopings könnt ihr theoretisch bauen. Es gibt unglaublich viele Gestaltungsmöglichkeiten und damit natürlich auch ein klein bisschen die Möglichkeit, die Forza Horizon 4 Welt nochmal anders zu gestalten, als das, was ihr gerade kennt. Natürlich könnt ihr diese selbstgebaute Herausforderung nur dann fahren, wenn ihr auch die Herausforderung startet. Geht ihr danach also wieder zurück in die normale Forza Horizon 4 Welt, ist natürlich das Ganze, was ihr da gebaut habt, nicht mehr zu sehen oder besser gesagt steht auch nicht im Weg herum. Ihr merkt schon anhand der Kurzbeschreibung, das richtet sich eher an die Spiele, die auch in Forza Horizon 3 vielleicht schon das Hot Wheels DLC geliebt haben oder auch diejenigen, die unheimlich viel Spaß in Lego Valley gehabt haben. Alle anderen, die sich vielleicht eher eine realistische Immersion von einer echten Welt in Forza Horizon 4 wünschen, ja, die werden vielleicht etwas enttäuscht sein, denn grundsätzlich gibt es natürlich hiermit keine Map-Erweiterung, sondern es bietet ja nur die Möglichkeit, die Welt ein klein wenig verrückter zu gestalten. Nichtsdestotrotz, es scheint erstmal ein Riesenspaß zu sein und natürlich gibt es auch Fortschritte in Verbindung mit diesem neuen Super 7 genannten Modus und da erklärt sich gleich auch der Name, warum die 7 darin vorkommt. Denn in dem ab morgen verfügbaren, also nach dem Update spielbaren Modus Super 7, der übrigens einen eigenen Reiter im Menü bekommt, habt ihr die Möglichkeit, insgesamt 7 vorgefertigte Challenges von den Entwicklern durchzuspielen. Im Laufe dieses Fortschritts schaltet ihr auch die 2 neuen Fahrzeuge frei, die zusätzlich noch ins Spiel kommen, also Nummer 5 und 6 und damit könnt ihr sogar schon vor der Serie 30, die ja erst nächste Woche Donnerstag beginnt, zwei neue Fahrzeuge freischalten. Ihr seht, hier ist nochmal der offizielle Ankündigungsbereich. Morgen am Dienstag, dem 8. Dezember, ist das Ganze schon freizuschalten. Zu den etwas weniger spektakulären und damit exklusiv freizuschaltenden Fahrzeugen im Horizon Super 7 Modus gehört unter anderem der Austin 7 aus dem Jahr 1924, den wir auch schon im Torben Wednesday erraten konnten und darüber hinaus der Triumph TR7. Doch wo Licht ist, ist natürlich auch statt. Und das gilt natürlich auch für den neuen Spielmodus in Forza Horizon 4, denn die Spielerentwickler haben ganz offen zugegeben, dass die Freiheiten, die der Spieler jetzt mit dem Modus in die Hand bekommt, nicht ursprünglich vorgesehen waren. Und so ist es eben jetzt auch üblich, dass der Spieler in Bereiche auf der Map vordringen kann, die eigentlich für das Spielerauge gar nicht sichtbar sein sollten. Ihr werdet also im Rahmen dieses Modus auch sehen, wo die Stadt in Edinburgh endet, wo also auch teilweise unfertige Häuserreihen hintendran erscheinen, die eigentlich nur aus der Ferne dazu dienten, um das Städtebild vollständiger wirken zu lassen. Und ihr werdet eben auch erkennen, wo teilweise gar kein Boden in der Map existiert oder wo ursprünglich unsichtbare Mauern existierten, durch die ihr nun einfach hindurchfahren könnt. Das kann auf der anderen Seite natürlich super spannend sein. Es muss also nichts Negatives per se heißen, aber die Spieler, die sich natürlich hier an der realistischen Welt in Forza Horizon 4 erfreut haben, werden vielleicht etwas enttäuscht sein, dass man jetzt diese Immersion zerstört, indem man irgendwo einfach durch die Map hindurchglitschen kann oder auch auf Spielebenen kommt, die eigentlich nicht sichtbar sein sollten. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob hier ein DLC kommt, wie in Forza Horizon 3 mit Hot Wheels, wo man eine fertige Welt, die ja ziemlich verrückt gewesen ist, einfach befahren konnte, aber sie war in sich irgendwie stimmig gewesen oder ob man jetzt einfach hier über die Grenzen einer Map hinaus kann, die eigentlich für ein solches Vorhaben gar nicht geplant war. Schreibt mir gerne deshalb mal in die Kommentare, was ihr vom neuen Super 7 Modus in Forza Horizon 4 haltet, ob es eigentlich genau das ist, was ihr euch noch gewünscht habt oder ob ihr zum Beispiel auch sagt, das bringt dem Spiel eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nichts mehr und ihr hättet euch vielleicht etwas ganz anderes gewünscht. Seid einfach mal offen, aber seid auch konstruktiv, wenn ihr hier Kritik zu dem Modus äußert. Da steckt natürlich auf der einen Seite auch wieder eine ganze Menge Entwicklerarbeit dahinter, aber ich denke, es werden sich auch viele Spieler über die Freiheiten und den Spielmodus freuen. Schreibt also gerne mal einfach eure Meinung in die Kommentare. Wie immer sind wir damit auch am Ende der Serie 30 und ich hoffe, ihr habt nun einen guten Überblick bekommen zu allen Inhalten, die ihr in den nächsten vier Wochen freischalten könnt. Wenn euch das Däumchen gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Video da und bewertet auch den Kanal mit eurem Abo und dann sehen wir uns schon am nächsten Donnerstag zum Saisonwechsel wieder, wo es mal eine Hammerwoche wird. Mehr sage ich dazu nicht. Ich glaube, der ein oder andere weiß, um was es geht. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.